Okay, die Aufnahme ist sicher, das heißt wir können jetzt Dracula gepflegt in den Arsch treten. Und ich hab ne super Strategie gegen ihn. Mein Bumerang wird dazu zwar nicht richtig benötigt, aber vielleicht kann er mir ja noch nutzrecht sein. Man weiß ja nie. Okay, Peitsche. Geld. Herz. Das Geile ist ja, seine Feuerbälle, die geben ja auch nochmal was. So, obwohl ne, die erste Runde, das lass ich lieber meinen Bumerang erledigen. Oh yeah. Oh, ich liebe meinen Bumerang. Nein. Ah, ich springe in ihn rein, wie blöd bin ich denn? Okay, zack. Weil dann kann er mich nämlich mal. Au. Scheiße, das war schlecht. Nein, so und bam, und bam, bam. Das war dumm, ich muss das ein bisschen besser timen. Ich muss das ein bisschen besser timen, dann schaffe ich das. Wenn ich ein bisschen besseres Timing hab, dann schaffe ich das schon irgendwie. Bumerang. Peitschen-Upgrade. Ein Herz. Ein Peitschen-Upgrade. Ein Herz. Ein Herz. Gott, ich bin gut. Ein Herz. Nein. Ein Geld. Nein, doch nicht. Komm schon. Komm schon. Jetzt bist du fällig, Junge. Wow, ich bin dem ausgewichen. Oh, goll. Oh. Splitted all over the place. Ja, gut, gut, gut. Yeah. Okay, da. Und bam. Scheiße, zu spät. Jetzt muss ich, ich muss das richtig gut timen. Hm, aber wenn ich meinen Bomberang... Oh Gott. Au, das war mehr als doof. Nein. Ich schlag dir den Kopf ab. Ich schlag dir den Kopf ab. Ich schau dir auf den Kopf. Na, los. Do your worst. Ich wollte sagen, do your worst, aber nein, toll. Das macht er dann auch. Er appeart genau in mir. Das macht er anscheinend gern. Ich glaub, er ist homosexuell. Oh oh. Scheiße, ich glaub, man hat grad meinen MSN-Song gehört, weil ich noch vergessen hab, mich auch beschäftigt zu stellen. Okay, das muss jetzt einfach so durchgehen. Ich bin jetzt nämlich grad drinne, und wenn ich jetzt irgendwas anderes mach, dann bin ich raus. Nein. Einfangen. Ähm, scheiße, nein. Oh komm, nein. Das fängt schon schlecht an. Nein. Nein. Ne, spring doch. Ich hab ihn getroffen? Ne, ich hab ihn nicht getroffen. Fuck. Oh, getroffen. Es ist einfach, ähm, Gefühl. Ich werf den einfach immer nach Gefühl. Einfach nach Gefühl werfen und hoffen, dass es... Nein. Ah, fuck. Ups. Simon sieht auch nicht grad aus, als wär er richtig schwer gepanzert. Der sollte sich mal einen ordentlichen Panzer zulegen. Hm, aber ich bin am überlegen. Ich weiß nicht, ob Weihwasser so gut wär. Hm. Wisst ihr was? Ich mach... Das ist jetzt mein... Erstmal letzter Versuch, weil ich hab jetzt nämlich noch einen Plan. Und werf? Okay, mein Plan geht nicht auf. Und so. Mein Plan geht sowas von überhaupt nicht auf. Aber... Ja, ich versuch's lieber. Äh! Haptistisch. Hm. Au. Ich hab ihn aber auch getroffen. Das ist voll... Ah! Der ist voll homosexuell, der Typ. Ich mein, der appeart und dauert in dir. Oh mein Gott, ich bin Dracula. Ich hab Zähne. Oh mein Gott. Was hat Simon eigentlich gegen Dracula? Hat er ihm irgendwas getan? Ich mein, in der Kindheit das Portemonnaie geklaut oder... Irgendwie immer vom... Vom Töpfchen runtergeschubst oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Nein! Ich will meinen Bumerang behalten. Mein Boomer. Mein Bumi. Ich will Bumi behalten. Ich will Bumi behalten. Wieso nenne ich ihn jetzt Bumi? Fuck! Schlecht. Oh Gott. Oh yeah, der war gut! Combo Fatality. Scheiße. Ich hab aber auch ein Timing. Hm. Vielleicht sollte ich auch... Wenn er auf das... Ah, ich hab vielleicht noch einen Plan. Ich glaub, ich krieg immer mehr Pläne gegen ihn. Oh Gott. Nein. Scheiße. Ähm. So? Nein. Falsch. Ich spring in ihn rein. Ich bin ja vielleicht doof. Okay, aber es nervt immer wieder dasselbe zu holen. Ich hoffe mal, ich krieg das Spiel jetzt durch, weil... Ich weiß nicht, aber ich hab das Gefühl, dass sich bei mir eine Erkältung anbahnt. Das ist nämlich nicht gut. Das Spiel ist wenigstens mal fair und lässt... Ja, vielen Dank für die Punkte. Die kann ich so gut gebrauchen. Ich hätte ein paar Herzen gebraucht. Okay, wenn er flimmert... So, jetzt! Oh Mann, so gut und dann bin ich so doof. Ja, sehr gut. So. Ja. Und... Nein, zu spät! Wo ist er? Der ist immer in mir. Der appeart andauernd in mir. Das ist so... Ja, getroffen! Ha! Nein, fuck! Holy fuck-o-rama! Nein, das war dumm! Aber ich hab ihn halb... Halb geschafft schon mal. Einfach die Nerven bewahren, Shadow. Wenn du die Nerven bewahrst... Er ist nicht richtig unfair. Es gab Sachen, die waren unfairer. Denke zurück. Es gab Sachen, die waren unfairer. Also... Schön ruhig bleiben und versuchen... Ihn in seinen verfickten Sarg zurückzuficken. Los, komm. Komm schon. No, toll. Okay, und so. Hm, das ist auch eine Strategie. Ich sollte verschiedene Strategien anwenden. Oh, der wurde noch gezählt. Wie gut. Oh, ja, natürlich. Du Arsch. Ich sollte immer in Bewegung... Wieso? Ja, Simon, du springst aber auch nur, wenn ich's dir sag, ne? Also, wenn du eine ausdrückliche Erlaubnis dazu hast, ne? Wenn's dir deine Mutti gesagt hat, du darf... Ja, kleiner Simon, du darfst schwimmen gehen. Oh, toll, du bist tot, kleiner Simon. Siehst du, das kommt davon, wenn du nicht mit Badekappe ins Wasser gehst. Du holst dir einen Effekt ins Ohr, dein Ohr explodiert und nimmt dein ganzes Hirn mit. So was passiert, Junge. Ich mein, damit musst du rechnen. Deswegen trage ich immer ne Badekappe, wenn ich schwimmen geh. Okay, okay, eigentlich nicht. Ich hab bisher noch nie ne Badekappe getragen. Ich besitze nicht mal ne Badekappe. Ich geh ein bisschen näher. Und jetzt. Dumm. Ich. Wenn man rausfinden würde, wie er wo spawnen will, dann hätt ich... Ähm... Hä? Oh, shit, da hätt ich mal schlagen sollen. Das wär vielleicht ein Plan gewesen. Ah, komm schon. Das ist... Ups. Das ist vielleicht alles nicht so schlau, wie ich bin. Ich bin ja auch nicht besonders schlau. Ah, die Musik ist epic, die hier kommt so... Is die Herzen auch immer so langsam fallen müssen? Okay, Weihwasser. Do not want. Warte mal, warum geh ich ja nicht immer so nah ran? Nur weil er schwul ist, muss ich das nicht aus sein. Yes! Oh, Gott. Uh! Uh, modisch! Oh, Gott, nicht modisch. Wow! Was ist los mit mir? Ah! Verschwinde, du Homo-Geist! Hier! Scheiße! Ich hab schon gleich... Gleichstand, Alter. Fuck! Hä? Da. Okay. Ich krieg meinen Gleichstand schon mit ihm wieder. Ah! Es sein, er appeared weiterhin in mir. Ja. Gehen mir nicht langsam die Herzen aus? Ja, leider. Aber es ist noch ganz okay. Nein! Und hier, weg. Nein! Scheiße! Nein! Nein! Geh doch mal weg! Ja, genau da. Nein! Oh, so gut. So gut, ey. So gut. Scheiße. Ich muss mich eigentlich nur konzentrieren. Das ist alles eine Sache des Dodgens. Alles rein ist dann Mako-Dodging. Was hab ich in Toho alles gelernt? Shadow, was hast du... Was hat dir Kizuna alles über Toho beigebracht? Lern es jetzt in Castlevania. Scheiße! Ey, du Arsch! Spring doch, wenn ich... Ja, genau. Er appeared zweimal an der selben Stelle, du Pesser. Und dreimal... Ach, nee, was soll ich sagen? Ja, meins, meins, meins. Och, wenn ich das hab, dann hab ich ihn eigentlich schon tot. Wenn ich dieses Mal zwei hab, dann kann ich nämlich einmal einen auf seinen Kopf werfen und einmal einen, um mich zu verteidigen. Und dann ist er im Arsch. Aber das gibt er mir leider so selten. Das gibt er mir wirklich sehr, sehr selten. Der will nicht, dass ich das habe. Eindeutig. Aber ich geb jetzt nicht auf. Ich hab...